Herzlich Willkommen in Parima Herzlich Willkommen in Hübenthal Herzlich Willkommen in Parima Hier kann man richtig schön sein Leben leben und dabei bewusster werden. Also nicht nur die Feier, was ja auch wichtig ist, aber auch in mich gucken, den Buddha näher. Die Frage, wer bin ich, dem näher zu kommen? Inzwischen sind wir 65 Leute geworden mit einem großen Umfeld in der Umgebung dazu. Also eben im Club, in der Genossenschaft sind es jetzt 140 Leute organisiert und das ist schon, meine ich, haben wir schon eine gewisse Kraft auch aus ihnen raus. Und dieser Platz hat ja eine besondere Energy, dadurch, dass hier sehr viele gute Therapeuten sind und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Ausatmen Untertitelung des ZDF für funk, 2017